Prinz William, auch ohne glänzende Rüstung, er ein wahrer Ritter. Als jemand, der sein ganzes Leben im Dienst seines Landes verbringen wird, wurde Prinz William 40, die Hilfsbereitschaft quasi schon mit in die Wiege gelegt. Dass er diese nicht nur spielt, sondern sie auch in seinem Unterbewusstsein tief verankert ist, bewies der Prinz 2016 bei einem Besuch in Harlow. Dort kam er wie se Lord Leutnant Jonathan Douglas Hughes zur Hilfe, als dieser an dem Septembertag plötzlich umkippte. Wie William es schaffte, die Situation zu retten, sehen Sie im Video. Verwendete Quelle, TikTok.com Untertitelung des ZDF für funk, 2017